Ich bin stattklar für das Hockeyspiel. Das Shirt kannst du nicht anlassen, das ist dreckig. Mom, das sind zufällig Cola-Flecken vom 97er Stanley Cup-Finale. Das ist das Abstoßenswirt, das ich je gesehen habe. Mit einer abscheulichen Ausnahme. Sind das etwa Blutflecken? Oh ja. Ja, da hat Iceman seinen Puck an Dads Kinn abprallen lassen. Zweimal. Wenn heute jemand einen Puck im Gesicht verdient, ist es Wilson, er hat nämlich Geburtstag. Oh nein, ich habe kein Geschenk für ihn, ich habe das vollkommen vergessen. Wir nehmen ihn doch zum Hockey mit. Und außerdem habe ich noch was für ihn, ein Sweatshirt. Guck mal, nicht schlecht, oder? Nein, 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 das Ding ist viel zu sauber. Da musst du erst einen Hamburger reinreiben. Hamburger sind nicht das Richtige, aber Senf wäre gut. Für Wilson würde ich sagen Senf des Drogen. Okay Dad, ich starte schon mal das Auto. Vergiss die Tentenfische nicht. Hältst du mich für einen Idioten? Ich dachte, ihr dürft keine Meeresfrüchte mehr mitbringen. Der echte Fan findet immer einen Weg. Wiedersehen. Mach's gut, Dad. Wo gehst du hin? Ich gehe mit Jenny Curtis Pizza essen. Ich glaube, ich habe die Chance, ihr neuer Freund zu werden. Jenny Curtis? Die aus deinem Filmclub? Die Hübsche, die auch Präsidentin des Literaturzircuits ist? Ja, und sie denkt ernsthaft darüber nach, sich mit einem Kerl wie mir abzugeben. Wie meinst du das mit einem Kerl wie dir? Tja, du weißt schon, mittelbegabt, Durchschnittstyp, ein bisschen langweilig. Eine typische Fünf. Du bist doch keine Fünf. Du siehst gut aus, bist schlau und witzig. Du bist eine Zehn. Mom, ich will keine Zehn sein. Jenny findet, Zehner sind eingebildete Idioten. Da bleibe ich lieber eine Fünf. Also ein bisschen langweilig, aber nicht zu langweilig. Das macht einen Unterschied. Das hätte ich fast vergessen. Hey, zieh mal an meinen Finger. Haha. Huh? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, Tim, die Plätze sind klasse. Danke. Ein großartiges Geburtstagsgeschenk. Nochmals alles Gute, Wurst. Wie alt sind Sie jetzt? Oh, wenn ich all meine Leben zusammenzähle, 12.342 Jahre. Die Zeit, in der ich tiefgefroren war, natürlich ausgenommen. Ist ja super, vor mir sitzt ein Typ mit Giraffenhals. Wenn du möchtest, tausche ich mit dir. Ja, das wär nett. Na schön, komm, sonst verpassen wir noch den Anstoß. Wusstet ihr eigentlich, dass Hockey ursprünglich ein Spiel der Irokesen war? Bei denen hieß das damals Hockey. Die Irokesen, hä? Was haben die als Puck genommen? Gefrorene Büffelkacke? Nein, die Irokesen haben dafür menschliche Schädel benutzt. Im Ernst? Nein. Wussten Sie, dass das erste professionelle Hockey-Team 1903 in Houghton, Michigan, zusammengestellt wurde? Wusste ich nicht. Will ich nicht wissen. Darf ich euch mit meinem kleinen Freund bekannt machen? Au! Welcher Idiot hat das geworfen? Das war keine Absicht. Es tut mir furchtbar leid. Oh, ist schon gut. Ich bin selbst schuld gewesen, weil ich im Weg war. Danke. Hey, hey, Augenblick mal. Das Spiel ist da vorne. Okay, Red Wings-Fans. Das Ende des ersten Drittels ist erreicht. Wir kommen jetzt zu unserem Überraschungspreis. Genau. Sie sind wohl mächtig gespannt auf den Preis. Der Preis ist mir völlig egal. Jetzt kommt mein Lieblingsgerät. Der Platz des Gewinners ist Detektion 12, Freie Acht, Sitz Nummer 21. So ein Mist. Wussten, das ist Ihr Platz. Heiliger Vater, das ist wirklich mein Platz. Applaus. Hier sitzt der Gewinner. Machen Sie mal, Tim. Sie sind der eigentliche Gewinner. Sie haben mir die Karte gekauft. Die habe ich Ihnen zum Geburtstag geschenkt, Wilson. Dann, Red. Er hat mir den Platz verschafft. Ja, Mann, das stimmt doch. Nein, der Mann dessen... Der Mann, der hier sitzt, gewinnt den Preis. Punkt. Aus. Ich habe eine Idee. Wir machen halbe-halbe. Ja, bitte. Halbe-halbe? Männer machen nicht halbe-halbe. Männer sagen noch nicht mal halbe-halbe. Würde der Gewinner bitte mitgeben? Man, das glaube ich einfach nicht. Komm, freu dich für Wilson. Den Preis würdest du gar nicht wollen. Beim letzten Spiel gab es ein Jahresvorrat Pudding. Ich liebe Pudding. Wir verdienen heute den außergewöhnlichsten Preis in der Geschichte der Joe Lewis. Ist auf dem Bildschirm. Wilson, Wilson, als millionster Besucher in dieser Saison überreicht Ihnen Bay City Motors diesen Check. Über 10.000 Dollar. 10.000 Dollar. Das ist viel Pudding. Hi. Na, wie war's mit Jenny? Furchtbar. Edward Meany war auch in der Pizzeria. Jenny steht auf ihn, glaube ich. Und warum? Der Typ war immer eine gutaussehende 10. Aber jetzt hat er schlechte Haut, eine Zahnspange und ist im Radioclub. Er ist eine 5. Und ich bin erledigt. Hallo Jungs, wie war das Spiel? Tja, die übrigens haben verloren, aber Wilson hat gewonnen. Den besten Preis, den es je gab. 10.000 Dollar. Wilson hat wirklich 10.000 Dollar gewonnen? Das kann ich einfach nicht glauben. Weißt du, was ich nicht glauben kann? Ich hab seine Karte gezahlt. Was ich nicht glauben kann, ist, dass das eigentlich mein Platz war. Und er wird das gesamte Geld behalten? Ja, weil Dad behauptet hat, halbe halbe zu machen, wäre unmännlich. Da hab ich noch gedacht, der Preis wäre Pudding. Ich steh auf Pudding. Hört zu, Jungs, ihr wisst doch, dass Wilson Geld braucht. Er hat seit Ewigkeiten sein Haus nicht gestrichen und er braucht ein neues Dach. Und eine neue Heizung. Vielleicht einen neuen Hut. Ich wette, er gibt das Geld für irgendwas Dämliches aus wie Bücher. Hallihallo, meine Lieben. Stellen Sie sich vor, Tim, als ich nach Hause gekommen bin, ist mir eine Eingebung wie ein Blitz durch den Leib gefahren. Das war wohl eher die Zuckerwatte, die Ihnen durch den Leib gefahren ist. Nein, ich habe meine unzähligen Gartenzeitschriften vor mir gesehen. Und da ist mir eine tolle Idee gekommen, was ich mit meinem unverhofften Vermögen anfange. Außer natürlich, Sie haben es sich anders überlegt, halbe halbe. Ich habe tatsächlich noch mal darüber... Nein. Alles Gute zum Geburtstag, Wilson. Oh, Jill. Wünschen Sie sich was? Oh, vielen Dank. Ja. Oh, oh, vielen Dank. Also, was werden Sie mit dem vielen Geld anfangen? Wissen Sie, ich habe mir überlegt... Anstatt Pflanzen zu kaufen, werde ich sie in Zukunft selbst anbauen. Sie wollen selbst anbauen? Brad, du gehst da nicht mehr rüber. Oh nein, doch nicht Marihuana. Ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, mir ein eigenes Gewächshaus zu bauen. Und dieses Geld gibt mir die Möglichkeit dazu. Ein Gewächshaus? Das ist eine tolle Idee. Das ist wirklich eine tolle Idee. Wisst ihr, wieso? Wieso? Wir suchen nach einem Frühjahrsprojekt für Tooltime. Wir könnten es gestalten und bauen. Tim, das wäre ja fantastisch. Sie werfen das viele Geld wirklich für ein Gewächshaus raus? Aber sicher, da kann ich anbauen, was immer ich will. Etwa auch Pudding? Wie heißt die beste Heimwerker-Sendung der Welt? Tooltime! Genau, die Firma Bindford präsentiert Ihnen Tim Taylor, den Heimwerkerkönig! Danke vielmals, danke Heidi. Willkommen bei Tooltime. Ich bin Tim Taylor, der Heimwerkerkönig, und Sie kennen alle meinen Assistenten, L, der Keim des bösen Borlands. Vielen Dank. Unser heutiges Thema handelt von einem der baulichsten Vergnügen meines Lebens, der Hortikultur. Du bekennst dich öffentlich zu deinem Laster, wie mutig. Ich meine selbstverständlich die Gartenbaukunst. Aber sicher doch, L. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Gewächshaus in Ihrem Hof errichten können. Zu dem Thema haben wir einen Gast eingeladen, der sich mit diesem Projekt beschäftigt. Mein Freund und Nachbar, Wilson Wilson. Heidi, meine Nachbarn, bitte. Halli, hallo, Tim. Fangen wir gleich an. Der erste Schritt beim Bau eines Gewächshauses ist, Sie legen den Standort, die Größe und das Material für Sie. Der Standort ist Wilsons Hinterhof. Ich habe für ihn dieses 2x250-Fertiggewächshaus ausgesucht. Das ist Echtholz, das sind Fiberglascheiben und es passt wunderbar zu seinem Haus. Das ist ja ganz nett, Tim, aber ich bleibe lieber bei meinem ursprünglichen Entwurf im viktorianischen Stil. Den haben wir uns vor der Sendung bereits angesehen. Das Ding ist viel zu groß und außerdem völlig garer. Tim, es ist aber so hübsch. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist mehr als hübsch, wirklich. Sieh dir das an. Stahl, echte Glasfenster, dann die Holzrahmen. Was für Masse hat das, Wilson? 11 mal 7 Meter, Al. Das ist viel zu groß. Aber Tim, ich brauche den Platz. Ich will doch all das Gemüse und die Pflanzen anbauen, die ich von meinen Weltreisen mitgebracht habe. Chinesischen Rhododendron, italienische Glockenblumen. So reizend das Design auch ist, es würde die gesamte Fläche ihres Hinterhofs einnehmen. Er braucht schon einen Hinterhof, wenn er unter japanischem Dinko liegen kann. Das ist wahr. Aber Ihr Nachbar hat das hässliche Ding täglich vor Augen, ha? Vielleicht könnte Wilson es mit etwas Efeu bepflanzen. Meine Mutter hat schon immer eine schwäche verhängende Ranken gehabt. Weil sie sich damit von Baum zu Baum schwingt. Bevor Sie ein Bauvorhaben dieser Größenordnung in Angriff nehmen, fragen Sie lieber Ihre Nachbarn. Schon und gut, aber Sie haben mich auch nie gefragt, bevor Sie Ihren weihnachtlichen Vergnügungspark aufs Dach gepackt haben. Die hübsche Weihnachtsdekoration, von der er gerade spricht, bringe ich einmal im Jahr an. Ihr Gruselwerk dagegen ist ein ständiger Albtraum. Haben Sie den Verstand verloren? Das und mehr erfahren Sie gleich nach unserer kurzen Werbeunterbrechung. Sie können das Ding nicht einfach in Ihren Hof stellen. Denn es gibt Vorschriften, Sie brauchen eine Baugenehmigung. Das stimmt nicht. Solange er einen Abstand von eineinhalb Metern zwischen den beiden Grundstücken lässt, dürfte die Genehmigung kein Problem sein. Ich arbeite Teilzeit beim Bauamt. Wie wär's, wenn wir Vollzeit draus machen? Ich kann nicht zulassen, dass Sie das in Ihrem Hof bauen. Ich bin nicht auf Ihre Erlaubnis angewiesen. Sie bilden sich ganz schön was ein. Ich glaube nicht, dass wir das mit anhören müssen. Wir sind gleich auf Simba. Ihr vielleicht, ich nicht. Hallo und auf Wiedersehen. Sie können doch nicht mitten in der Sendung abhauen. Hey, willkommen bei Tool Time. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Unser Gast musste leider plötzlich gehen, deswegen machen wir jetzt. Äh, Al, warum sagst du uns nicht, was dir bei der Gartenarbeit am besten gefällt? Tja, ähm, also am liebsten pflüge ich Furchen und Spalten mit meinem Gerät. Mom, wann gibt's Essen? Ich hab Hunger. Gleich in ein paar Minuten. Und wie geht's dir? Gut. Edward hat jetzt Kontaktlinsen und einen neuen Haarschnitt. Der Typ sieht echt gut aus. Gibt es vielleicht irgendwas, das du mir sagen willst? Nein. Nein. Edward ist wieder eine Zehn, also steht Jenny nicht mehr auf ihn. Und morgen Abend kommt sie zum Lernen zu mir rüber. Oh, am besten ziehst du das neue Shirt an, das ich dir gekauft habe. Bist du verrückt geworden? Dann bin ich eine Sieben. Hallo Hase. Hi. Heute gibt es meinen berühmten Hamburgerauflauf zum Abendessen. Wir haben weiter schlimmere Sorgen. Hast du heute Tooltime gesehen? Nein, ich hab gelernt. Wilson hat unser Design abgelehnt. Stattdessen will er irgend so ein elf Meter großes viktorianisches Teil in seinen Hof stellen. Ich schwör's dir, der Kerl ist von diesem Schwachsinnsgebauer besessen. Witzig, dass dir das immer nur bei anderen auffällt. Ich bin gespannt, ob du das immer noch so amüsant findest, wenn unser Hof mit italienischem Gemüse und japanischen Dingos zugewuchert ist. Du machst dir Sorgen darüber, was er anpflanzt? Nicht nur darüber. Was ist mit dem ganzen Gesindel, das er mit seinem Gewächshaus anzieht? Was denn bitte für Gesindel? Pflanzenfreaks, Öko-Gesochse. Wenn dir das solche Kopfschmerzen bereitet, warum sprichst du nicht mit Wolfen darüber? Das hab ich ja versucht. Er ist einfach aus dem Studio gelaufen. Na ja, weißt du, es ist Wilsons Grundstück. Wenn er das Ding unbedingt bauen will, wirst du nicht viel dagegen unternehmen können. Ach, wirklich? Hör mal, wenn ich mich entschließe, mein Gehirn zu aktivieren, kann ich alles. Das heißt, in 100 Jahren könnte Wilson Probleme bekommen. Ich bin echt nett von dir, dass du mir beim Lernen hilfst. Ich stehe voll auf Geschichte. Frag mich irgendwas. Okay. Wer hat die Ardennen-Offensive gewonnen? Oprah. Die Alliierten haben die Deutschen besiegt. Richtig. Du bist ziemlich schlau. Ach, so schlau bin ich gar nicht. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich eine 5. Ich stehe auf 5. Ist es heiß hier? Machen wir eine Pause und setzen uns raus. Ganz schön kalt. Willst du lieber wieder reingehen? Nein, mir gefällt's hier. Ich frag mich, wie die sich im Krieg warm gehalten haben. Tja, das ist echt eine interessante Frage. Na ja, soweit ich weiß, hatten die Uniformen aus dicken Wollstoff an. Tim, was ist? Jenny, es tut mir leid. Ich geh jetzt lieber. Auf Wiedersehen, 5. Hallo, 2. Dad, ich hab eben meine Nase in Jennys Auge gerammt. Frauen stehen auf sowas. Tim, was in drei Teufelsnamen sollen die Lichter? Welche Lichter? Diese blind machenden Halogenmonster. Oh, ach die. Die hab ich aus dem Studio. Ich probiere ein neues Lichtsystem aus. Sie wissen doch ganz genau, dass das Licht meine Pflanzen ruiniert. Im Ernst? Ständige Beleuchtung verursacht Fotoperiodizität. Meine Pflanzen brauchen eine Dunkelphase von 12 Stunden, um zu erblühen. Tatsächlich? Ich kann nicht fassen, dass sie sich wegen eines Gewächshauses so anstellen. Wilson, erlauben Sie mal, das Design war vollkommen daneben. Sogar selbst die Skizze war doch ein schlechter Witz. Die Skizze war ein Witz? Ja. Nein, 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 Tim. Sie und Ihre lächerlichen Leuchtkörper, das ist ein Witz. Tut mir leid, wenn es Ihnen nicht passt, aber das ist mein Hof. Ich kann hier so viel leuchten, wie ich will. Und das ist mein Hof. Dann stelle ich eben einen Reflektor auf und schicke das Licht zurück. Schon mal was von Gesetzen gehört? Ich hol mir eine Genehmigung. Dann hol ich mir eine Genehmigung für eine stärkere Beleuchtung. Dann hol ich mir eine Genehmigung für einen höheren Zaun. Dann haben Sie ja eine Menge zu tun. Fein. Fein. Hallo, ist denn jemand zu Hause? Ah! Was zum Donnerwetter? Sie sind nicht schlecht, ja? Tim? Ich bin hier. Was soll denn das? Was machst du da eigentlich? Ich vergrößere meine Sammlung. Heller, greller, schneller. Das ist doch krank. Wann hört ihr endlich damit auf? Wenn Wilson erwachsen wird. Wilson ist dein bester Freund. Wenn du so weitermachst, wirst du ihn verlieren. Ich suche mir einen neuen besten Freund. Ich rufe Al an. Vielleicht kennt ihr jemanden, der mein bester Freund sein kann. Du glaubst also wirklich, es wäre so einfach, Wilson zu ersetzen? Du redest mit ihm über alles. Wenn wir beide uns streiten, gehst du nach draußen, quatschst mit ihm. Wie weit, sagst du, wird das Gewächshaus reichen? Direkt bis an den Zaun. Was soll das bitte bedeuten? Ich habe das Gefühl, wenn Wilson nicht nebenan wohnen würde, wäre ich die Einzige, die den Müll rausbringt. Hä? Hör mal, Hase, wir wissen doch beide, warum dir das Gewächshaus nicht passt. Es ist hässlich. Tim. Es ist eine viktorianische Abscheulichkeit. Tim. Es ist viel zu groß. Hase. Es nimmt den gesamten Hof ein. Ich kann nicht mehr rausgehen und mit Wilson reden. Ganz genau. Es bedeutet mir viel, am Zaun mit meinem Freund Wilson zu reden. Eins muss man ihm lassen. Das mit den Reflektoren hat er echt gut drauf. Wilson, die Dinger werden Sie jetzt nicht mehr brauchen. Wieso? Planen Sie einen Luftangriff? Ich mache die Lampen aus. Sie machen die Lampen aus? Ja, das ist Ihr Grund und Boden. Wenn Sie wollen, pflanzen Sie ihn mit japanischen Gishas voll, ist mir egal. Das ist doch eine Finte. Eigentlich geht's doch überhaupt nicht um das Gewächshaus. Um was geht's dann? Es geht um ... Es würde bis ganz dicht an den ... Ich würde nicht mehr ... Ich könnte ... Ich bin wirklich ... Da ist es zu schwer zu ... Ich komme ... Ich komme gern zu Ihnen an den Zaun. Um die tiefen Gefühle auszudrücken, die Sie anderen Männern gegenüber nicht äußern können. Ja. Na ja, Tim, wenn ich das Gewächshaus so baue, wie ich es mir vorstelle, dann müssten Sie um das Haus herum gehen und an meine Tür klopfen, wenn Sie reden wollen. Das könnte ich tun. Ich könnte Sie auch anrufen, wenn ich wollte. Ich könnte mir einen Computer anschaffen. Wir schicken uns E-Mails. Ja, das könnten wir tun. Wollen Sie das machen? Nein. Wissen Sie, Tim, um ganz ehrlich zu sein, ich finde es viel schöner, hier rauszukommen und aus dem Stehgreif zu fachsimpeln. Bei mir ist das anders. Ich will nur quatschen. Ich weiß, wie stur ich mit meinem Gewächshaus gewesen bin, aber es gibt einen Grund dafür. Ich weiß schon. Weihnachten 85 ist mir das Lamm Gottes aus der Hand gerutscht und durch Ihr Wohnzimmerfenster gekracht. Was war dann der Grund? Wissen Sie, als meine Frau noch am Leben war, haben wir davon geträumt, eines Tages ein eigenes Gewächshaus zu haben, in dem wir die Pflanzen anbauen könnten, die wir auf unseren Reisen entdeckt hatten. Dann wollten Sie das Gewächshaus also im Gedenken an Catherine bauen? Ja. Sie hat auch die Skizze gezeichnet. Die ich einen Witz genannt habe. Na ja. Es tut mir schrecklich leid, Wilson. Ich hätte nie... Warum haben Sie nichts gesagt? Ach, Tim, manchmal fällt es mir schwer, über meine Vergangenheit zu sprechen. Da haben wir uns nicht zur richtigen Zeit am Zaun getroffen. Ich will auf keinen Fall das hier Gewächshaus aufgeben. Das will ich auch nicht, aber ich werde es da drüben bauen. Da haben Sie nicht genügend Platz. Ich brauche es einfach kleiner. Schöne Nachmittagssonne ist da drüben. Gut zum Orchideen züchten. Ich werde Ihnen beim Bauen helfen. Wunderbar. Alles klar. Ich hole jetzt mal lieber diese Lampen runter. Das Tooltime Studio ist ziemlich düster ohne Beleuchtung. Brauchen Sie Hilfe? Nein, ähm... Hey, sind Ihre Reflektoren Parabolspiegel? Aber natürlich. Wieso? Ich habe eine lustige Idee, was wir später damit anstellen können. Guten Morgen, Wulsen. Hallöchen, Tim. Ich bin so froh, dass wir allen Ärger beseitigt haben. Ich auch. Jetzt können wir wieder zum Zaun kommen und ein Schwätzchen halten. Ja, zum Zaun kommen und ein Schwätzchen halten. Ah. Haben Sie etwas auf dem Herzen, Tim? Nein, ich glaube nicht. Haben Sie vielleicht eine Anekdote auf Lager oder ein Zitat? Nein, im Moment nicht. Hm. Hm. Oder vielleicht erinnert Sie die Situation an jemanden, den Sie kennen oder an eine Geschichte, die Sie erlebt haben. Mir fällt nichts ein. Nein. Tja, na dann. Ich werfe nur den Müll weg. Tja, und ich gehe wieder Eichhörnchen präparieren für den St. Patrick's Day. Ich gehe später Borland ärgern. Kommen Sie mit? Na klar. Hallihallo, Tim. Hi, Wilson. Guten Tag, R. Tag, Wilson. Also fangen wir gleich an. Der erste Schritt beim Bau... Es bedeutet mir viel am Zaun mit meinem Freund Wilson zu rettetetetetetetetetet. Dann wäre ich die Einzige, die den Müll rausbringt. Komm schon, Hase, wir beide... Wie? Entschuldigung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017